Musik Rund um den Globus vertrauen Fertigungsbetriebe und Wärmebehandlungsunternehmen auf die Mikropuls-Plasma-Nitriertechnologie von Rübig. Diese Wärmebehandlungstechnologie bietet einzigartige Kundenvorteile für die Oberflächenbehandlung von metallischen Werkstoffen. Die von Rübig in Österreich entwickelten Mikropuls-Plasma-Generatoren sind dabei weltweit erfolgreich im Einsatz. Rübig ist hier kompetenter Ansprechpartner und unterstützt seine Kunden dabei, das richtige Wärmebehandlungsverfahren für ihre Bauteile zu finden. In Kombination mit der Plasma-Nitriereanlage, der Mikropuls Everest, stellt Rübig seinen Kunden sein Know-how als Weltmarktführer in der Plasma-Technologie zur Verfügung. Zusätzlich entwickelt unser Team für Anwender im Bedarfsfall individuell maßgeschneiderte Lösungen. Von der Sonderanlage für die Reinigung bis hin zu Automatisierungslösungen. Von individuellen Kundenlösungen bis zu integrierten Automatisierungslösungen im Fertigungsprozess ist Rübig ein Komplettanbieter. Seine Kunden begleitet Rübig auch nach Abschluss eines erfolgreichen Projekts. Das After-Sales-Service-Team sorgt für eine optimierte Lebensdauer der Anlagen. Perfekte Schichtstrukturen, höchste Reproduzierbarkeit, maximale Energieeffizienz und somit umweltschonend. Von Anwendungen in den Bereichen Automotive und Kunststoffindustrie bis hin zu Luftfahrt vertrauen Rübig-Kunden auf das Know-how des Technologieführers.